Drei seltsame Automaten in Berlin. Nummer 1. Der Madenautomat. Für einen schlappen Euro gibt es hier lebende Maden. Zum Angeln, für das Heimreptil oder was auch immer ihr damit anstellen wollt. Nummer 2. Der Pizzaautomat. In vier Minuten gibt es hier eine Pizza auf Tiefkühlniveau. Bezahlt werden kann allerdings nur mit Karte. Die Automaten gibt es bei einer großen Hostelkette dreimal in Berlin. Und schmeckt ganz passabel. Nummer 3. Der Kunstautomat. 30 Kunstautomaten gibt es hier in Berlin. Jedes Kunstwerk kostet 4 Euro. Die Kunstwerke sind individuell. Und es gibt Steckbriefe der KünstlerInnen. Untertitelung des ZDF.